Willkommen in einer neuen Welt. Ein neuer Ort mit neuem Konzept, einer neuen Großzügigkeit. Eine Kombination aus Transparenz und Spritzschutz. Ein Bereich, leicht zugänglich und leicht zu pflegen. Hochwertige Materialien im zeitlosen Design. Willkommen in Ihrer neuen Hüppe Extensa Pure. Der neue Comfort Walk-In. Herkömmlichen Walk-In-Duschen fehlt häufig der nötige Spritzschutz. Durch den Vorteil einer zusätzlichen Gleittür bietet Hüppe Extensa Pure den doppelten Schutz auf dem gleichen Raum, obgleich ein erstaunlich weiträumiger Zutritt bestehen bleibt. Lassen Sie sich davon beeindrucken, wie kompakte Bäder durch die Hüppe Extensa Pure großzügiger und moderner erscheinen. Ein neues Konzept bis ins Detail durchdacht. Der neue ergonomische Griff ermöglicht einen bequemen Zugang. Die Rollen bewegen die Glastür sanft, um Ihnen die maximale Sicherheit zu bieten. Zudem gestalten technische Raffinessen die Reinigung der Duschabtrennung so einfach wie möglich. Die Hüppe Extensa Pure ist der Inbegriff einer neuen Flexibilität in großzügigen Badezimmern, als Walk-In-Dusche, als Gleittür in Nische oder in Kombination mit einer Seitenwand. Profitieren Sie von der maximalen Transparenz einer Gleittür ohne obere Führungsschiene, in dem Ihr Bad weiträumiger und großzügiger erscheinen wird. Sowohl die Wärme als auch das Wasser bleiben in der Kabine, um Ihnen ein durchweg komfortables Duscherlebnis zu bieten. Ein durchdachtes Konzept für mehr Lebensfreude. Willkommen in Ihrer neuen Hüppe Extensa Pure. Der neue Comfort Walk-In.